Hallo, willkommen zu einer weiteren Folge Uncharted 4 Multiplayer, wie sage ich eigentlich Multiplayer? Okay, ist Multiplayer, aber am besten sage ich einfach nur Online. Wir machen jetzt weiter und zwar mit Kommando. Da ist, erobern Sie Zonen, um Punkte für Ihr Team zu erzielen. Machen Sie gegnerische Kapitäne K.O., um zusätzliche Punkte zu erhalten. Okay, dann suchen wir erstmal jetzt die Spieler. Ich hoffe, das dauert nicht allzu lange. Es kommt doch... Ah, einen Spieler haben wir schon, das ist schön. Ja. Bound-Name ist Video, das ist eigentlich dieser Trailer, dieser Online-Trailer, den es damals gab. Können wir kurz reinhören. Okay, wurde doch kein einziger anderer Spieler gefunden. Das ist ja auch super. Oh, jetzt wurden Spieler gefunden. Alles klar. Ich habe nichts gesagt. Also wer Lust hat, da unten zu gucken, der läuft ja unten links da. Aber den gibt es ja auch ganz normal auf YouTube, den kann man auch gucken. Das ist nicht so geil. So, die Spieler wurden gefunden. In 10 Sekunden dürfte das Spiel starten. Dann läuft der aber endlich mal. Einfach nur jetzt mal, keine Ahnung, wie lange es gebraucht, um mal Spieler zu finden. Aber... Auktionshaus. Gibt es keine andere Karte aus Auktionshaus? Ich habe jetzt drei Runden, also diese dritte Runde. Und dann ist es ja immer nur Auktionshaus. Ich bin jetzt ein bisschen verwinkelt, aber ich würde auch mal gerne woanders spielen. So, Angriff, Unterstützung, Sturm, Taktik, Aufklärung, Verdeckt. Äh, Angriff. Wave. Lazarevic. Knott, wer ist Knott? Orca oder Nadine? Wir nehmen... Wave. Hoffentlich hat das noch gereicht. Nein, ich steuere dich. Du folgst meinen Befehlen. Okay, zweimal Wave, einmal Nadine. Wer ist das? Orca? Orca oder wie heißt der Typ? Gegen dreimal Nate, einmal Sully und... Das andere da. Ist das auch Nate? Oder ist das Tenzin? Könnte eher Tenzin sein mit dem Hut. Schaltet man die Spieler eigentlich frei, oder sind die... Oh, los geht's. Okay, das Ding müssen wir erobern. Machen wir mal. Ja, genau. Erobert. Das Ding gehört uns. Und wenn's geht, hoffentlich sind das auch wieder so Teamplayer, wo wir immer nur... Mit Teams, äh, also als Team die ganzen Sachen erobern und... So, rein da und in Deckung. Ich weiß nicht, wofür wir das jetzt erobern müssen, was wir jetzt genau haben. Aber irgendwie rennen alle fünf Leute gemeinsam dahin, das ist auch nicht schlecht. Da, diese Nahkampf, die bringt rein gar nichts. Äh, sag uns jetzt nicht, wir rennen die ganze Zeit aneinander vorbei. Ja, der trainiert ein bisschen währenddessen. Und, komm. Warte, kommt einer von uns. Das ist auch erobert. Jetzt könnte's weitergehen. Oh, die ersten Schüsse fallen. Und ich renne einfach wieder direkt zum nächsten Punkt. Viel Geld sammeln wie möglich. Einfach nur dadurch, man... Irgendwas erobert. So. Das nächste Video wird wieder von den Gegner erobert. Okay. Habe ich kein Problem mit. Aber zwei Leute von uns scheinen wohl uns abgesetzt zu haben. Und wollen jetzt hier ballern. Na, jetzt sind wir wieder sofort. Kann man auch die Seite wechseln? Ah, okay. BSWT. Der schießt gegen die Gegner. Und da kommen jetzt drei von uns. Das ist so schlau, dass alle drei da gleichzeitig sind. Ja. Bleib da stehen. Genau, danke. So, wir erobern kurz weiter. Ja, dance nicht in der Gegend rum. So, erobert. Man kann ja nicht kaufen. Nur wenn ich sterbe, oder... Da kommen die Gegner. Granate. Schön, erledigt. Falsche Waffe. Nein. Scheiße. Wieso? Mannschaftskrappikäne eliminiert. War ich denn? Mannschaftskrappikäne? So, Leute. Achso, ich... Spiel ich schon? Ja. Spinscheibe markiert. Komm, schlangen zusammen. Du bist gefeuert. Komm, schnell. Feuer stirbt. Schöp mich. So. Ui, 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 in Deckung. Ich finde euch. Versucht's doch. Kommt schauen. Ihr traut euch ja doch nicht. Irgendwie, äh, finde ich echt kein Gegner. Können wir hier reingucken, ob da irgendwas ist. Irgendwann muss ich die Gegner... Ah, da kommt ein Gegner. Der wird jetzt angegriffen. Haha. So, scheinen wir... Oh Gott. Ah. Scheiße, Mann. Boah, ich habe gar nicht gesehen, dass da auch sowas ist. Leute, Hilfe. Ich sterbe hier. Nein. Noch lebe ich. Eliminiert durch irgendwas anderes. Panzerfaust. Zollen wir uns die mal. Okay. Knügel hat irgendwas gemacht. Wurde gemeinschaftlich. Ja, irgendwas wurde er. So, wir holen uns die Panzerfaust. Alter, Explosionen. Boah, Alter. Nein. Ich habe den Typ gar nicht gesehen. Frage ist, habe ich jetzt meine Panzerfaust abge... Nein, meine Panzerfaust habe ich noch. Das ist auch nicht schlecht. Das frage ich mich auch. Die führen sogar jetzt ganz leicht. Ah, ich werde angeschossen. Komm, 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 schnell, schnell. Nicht mit mir. Patz. Ich wollte ihn eigentlich schon verprügeln. So. Hat das was gebracht? Oh, mein Freund war ein Feind. So. Schön aus dem Hinterhalt. Deckung. Mein Freund. Kein Feind. Oh, rei. So, schießt kaputt. Nein. Die Lamar geht ein bisschen zu viel. Das ist echt der Wahnsinn. Wie steht es denn? Die führen ganz knapp. Naja. Aber Nox ist nicht verloren. Die Frage ist nur, wie viele Punkte braucht man. Um für einen Sieg. Also, wenn das jetzt so 1000 Punkte sind, dann haben wir jetzt irgendwie fast Gleichstand noch. Die sind unter Kontrolle. So steht irgendwas hier. Aber in Deckung. Nein. Ja, genau. Immer auf die Kleinen. Granaten mal updaten. Auf zur Hilfe. Die haben nur einen Punkt. Die können nur da sein. Oh, Granate. Nein. Lass mich in Ruhe. Ich bin gleich sowieso tot. Danke sehr. Das macht viel mehr Spaß, wenn ihr euch schwälen. Äh, ja. Wenn ich was... Oh. Da ist ein Gegner. Granate. Okay. Jetzt sind wir wieder am Führen. Ja, schön gemacht. Immer in die Fress anlassen, Gegner. Auf geht's. Da laufen sie. Alter. Alter. In Deckung. Hoi. Warte. Und meine Leute. Schlenk's ab. Haha. Meine Leute schießen von der Seite. Das ist auch nicht schlecht. Here we go. Nachladen. Schnell. So. Schluss damit. Ja, wir führen... Oh, was ist jetzt los? Wir sind ganz deutlich am Führen. Kommt schon. Und... Hä? Gewonnen! Jawohl. Wir haben schön mal gewonnen. Sieben Punkte haben wir. Ein sieben Punkt ist also das, was... man braucht, um zu gewinnen. Und ich habe sieben Mal erobert. Fünf Mal neutralisiert. Gegnangreifer unfähig. Einmal. Verteidiger K.O. Einmal. Das ist ja genauso gut wie er gelaufen. Sie haben freigestellt. Am Boden. Aber nicht besiegt. Sie haben freigeschaltet. Kämpfer. Drei. Okay. Oh, AKO Anfangsmunition. Okay. Fünf Mitglieder gehalten. Ich kriege 250 Reliquien. Reliquien. Zehn. Fünf Bonus. Mach 260 am Schluss. Wow. Was jetzt? Okay. Wir sind einfach direkt nochmal in der Suche. Machen nochmal Kommando. Ich will dir jetzt mal, was es uns geht hier. Kommando vorstellen. Was gab es noch? Plünder, glaube ich, gab es noch. Und natürlich das Deathmatch. Aber... In Teil 3 gab es noch sowas. Da hast du so kleine Missionen gehabt im Team. Bin ich mal gespannt, ob es sowas auch gibt. Oh, Piratenkolonie. Das ist ja auch mal eine neue Karte. Die kenn ich jetzt gar nicht. Supi. Kann ja mal was werden dann. Der Chicken Wing. 45. Was für ein geiler Name. Okoko. 37150. Langgreifer. Wieder Wave. Dann Patrick Leinmak. Sowie TH 3772. Das sind meine Teamkollegen. Am besten finde ich mal ein Chicken Wing. 45. Einfach nur geil. Wie kann man bitte auf so einen Namen? Oh, zweimal Nadine. Einmal Wave. Ja. Einmal Drake mit Hasenohren. Das sind alles Drakes, oder? Oh Gott. Einmal Lasarevic haben wir da. Am besten finde ich erst einen Drake mit den Hasenohren. Naja. Dann sehe ich es da von denen, die da rumstehen. Wave am schlechtesten eigentlich. Jawohl, wie ich. Jawohl. Ich werde das schlechteste von meinem Team wieder sein. Obwohl, war ich diesmal gar nicht. Also. Okay, scheinbar muss er noch viel laden bei der Piratenkolonie. Naja. Aber hier haben wir vorne eine Brille an. Wie kann man die Charakter eigentlich ein bisschen umgestalten? Müssen wir auch mal reingucken. Wie das da aussieht. Aber das sehen wir alles später. So. Ja, springt alle erstmal in den Tod. Ah, hier ist unser Gebiet. Okay. Wir haben es neutralisiert. Wir haben es erobert. Noch nicht ganz, aber... Wieso habe ich so viel Kohle? Wie kann ich jetzt nochmal öffnen? Den Job? Nein, Granate! Vorsicht! Ich weiß nicht, wo ich hier hinrenne. Ich weiß auch gar nicht, wo was hier ist. Das ist das erste Mal, dass ich diese Karte spiele. Ja, der rennt den gerade in die vorbei, oder? Wer ist zuerst down? Er ist down. Jawohl! Du hattest keine Chance. Genau. Ich habe dich vorher abgeschossen. Serie Bandit? Den hatten ja alles getötet. Hi, Leute. What? Bin ich einfach nur ins Spiel reingejoint, weil die Gegner am unglaublich hohen Vorsprung. Wie kann das denn bitte sein? Ja, hier, da. Ich werde das einfach mal hier so mitten rein. Da. Fangt. Das ist jetzt was bringt, wenn ich hier reinjoinend spiele. So, der Chicken Wind wird jetzt befreit wieder. Sanitäter! Oh, du bist ein Feind, du bist ein Feind! Lass mich! Los! Scheiße, von hinten haben wir... Oh, das ging ja schnell. Danke. So, Leute, jetzt arbeiten wir mal als Team, wenn es geht. Äh, ja, die schießen schon. Komm! So. Down. Sorry, ich habe schon Kill geklärt. Wie, mach schon laut. Oh! Granate! Ich habe einen Gegner getötet. Wie, glaubt ihr, ich habe Angst vor euch? Neutralisiert. Nein, doch! Das passiert nicht. Zumindest, wo haben wir aufgeholt. Dann können sie sich nicht bewegen! Oh, nein! Da ist einer auf dem Boden, der das gerade befreien wollte. Oh, wir, 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 wir sind so nett. Oh, komm, 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 jetzt ausreicht, jetzt aus! Ja, wieder ein glorreicher Seeg! Jawohl, wir holen auf! Zwar ist es ja unwahrscheinlich, dass wir noch gewinnen werden, aber... Das ist ja dann irgendwie ja scheißegal. Hauptsache, wir haben noch gut aufgeholt. Das ist halt die Hauptsache. Wir hatten, glaube ich, 500 zu 100 Punkten Rückstand, also von daher... Der Kapitän wurde... Hinter dir, hinter dir, hinter dir! Ja, dann kommt es nicht wieder. Ja, ich mache mir mal kurz das Ding klar. Nein! In die Mine gelatscht. Könnt ihr mich helfen? Könnt ihr mich helfen? Was für ein deutsches Deutsch? Ne, ihr könnt mich nicht helfen. Na ja, noch 30, 20 Punkte, okay. Das wird nicht so viel bringen mehr. Was zum Henker? Danke sehr. Alter, ich bin einfach nur... Will you spawnen? Und dann kommt sowas weg. So, komm her. Okay, wir haben jetzt nur noch 200 Punkte Rückstand, also es wird wohl sehr wahrscheinlich nichts mehr, aber... Hi, gut, dass du da auftaust. So. Wer nicht schlecht ist, stell dir vor, wie ihr gewinnert, dann stellt euch vor. Ja, das ist ein besseres Deutsch. Neun Punkte fehlen hier noch. Acht, sieben... Achso, wenn du was eroberst, kriegst du Punkte für. Das ist natürlich ein... Schlecht gelaufen. Nein, ich hatte ihn fast gehabt. Auf 500 zu 700 ist ja nicht schlecht, wenn man den Rückstand vom Anfang berechnet. Die Frage ist Ziel. Fünfmal, fünfmal? Nur Angreifer? Ja, ja. Eine Reanimation, eine Vorlage. Drei am Boden, drei, drei. Also ich bin eher hier, würde ich sagen, ein Deathmatch... Äh... Gegner. Spielpraxis. Du hast ein Trophäe freigeschaltet. Und zwar Geldfluss. Nein, nicht der, das ist nicht das Trophäe, aber... Okay. Noch was reingeschaltet? So. Schauen wir kurz mal. Ja, okay. Ist... Nicht so schlecht gelaufen. Aber kann sein, dass dadurch jetzt... Dass ich einfach so ein Spiel reingeflogen bin, sozusagen. Relativ schnell... Ja, äh... Oder was halt relativ schnell, die Folge nicht so lang ist, wie die anderen Folgen. Aber dafür geht es vielleicht in der nächsten Folge etwas länger. Also... Dann würde ich mich freuen, auf jeden Fall, wenn ihr beim nächsten Mal dabei seid. Bis dahin. Ciao. 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 Vielen Dank.